In den unendlichen Weiten des Universums haben Signale aus dem Weltraum Wissenschaftler und Weltraumbegeisterte schon immer fasziniert. Von mysteriösen Radiowellen bis hin zu verwirrenden Lichtmustern. Diese Signale sind die Möglichkeit zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Kosmos. Jetzt hat die NASA eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat angeblich ein Signal entdeckt, das von einem der Jupiter-Monde ausgeht. Diese verblüffende Entdeckung hat die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert, denn die Experten ringen darum, die Bedeutung dieser rätselhaften Botschaft aus den Tiefen des Weltraums zu entschlüsseln. Sei mit dabei, wenn wir die zehn wichtigsten Signale aus dem All untersuchen. Like, abonniere und kommentiere unseren Kanal, während wir uns auf diese neueste Entwicklung in unserem Bestreben konzentrieren, die größten Geheimnisse des Universums zu enträtseln. Nr. 1 NASA entdeckt angeblich ein Signal von einem Jupiter-Mond Die NASA hat bekannt gegeben, dass die Raumsonde Juno in der Umlaufbahn des Jupiters eine aufregende Entdeckung gemacht hat. Sie hat ein FM-Radiosignal von Ganymed, dem größten Mond des Jupiters, aufgefangen. Der Botschafter versicherte, dass die Anzeige wahrscheinlich natürlichen Ursprung sei. Das Signal war deutlich verstärkt, weil sich die Elektronen langsamer bewegten als ihr Spin. Es war auch nicht schockierend, dass sie in der Nähe der Polargebiete des Jupiters gefunden wurden, da sich dort die Magnetfeldlinien mit Ganymed verbinden. Lang anhaltende Mondentladungen wie diese wurden noch nie zuvor gesehen. Sie bewegte sich mit 50 km pro Sekunde um den Jupiter. Als die Entladung entdeckt wurde, bewegte sich Juno mit 111.847 Meilen pro Stunde. Zu diesem Zweck untersuchte Juno die Zusammensetzung, Dynamik und Entwicklung der Jupiter-Atmosphäre. Die Magnetfeldlinien des Jupiters reichen bis zu Ganymed und Juno wurde kürzlich beim Durchqueren dieser Region gesichtet. Das Geräusch wird im Fachjargon als akrametrische Radioemission bezeichnet. Es ist eine überraschende und rätselhafte Entdeckung, dass ein Mond mit einem Magnetfeld einen so dramatischen Anstieg der Wellenstärke verursachen kann. Nummer 2 Das Wow-Signal Im Jahr 1977 hörten Menschen auf der Erde angeblich ein Gespräch mit Außerirdischen. Der Astronom Jerry Iman nutzte das Big Ear Radio-Observatorium der NASA an der Ohio State University, als er das Wow-Signal entdeckte. Das alte Radioteleskop war auf den Sternhaufen Chi Sagittarii im Sternbild Schütze gerichtet. Während er den Nachthimmel nach Sternen absuchte, fing Iman einen 72 Sekunden dauernden Radiowellenausbruch auf. Er kreiste die Messung ein und schrieb Wow daneben, daher der Name des Signals. In den letzten 40 Jahren wurde die Bewegung genutzt, um die Idee zu untermauern, dass Außerirdische existieren. Wissenschaftler und normale Menschen waren erfreut, diesen Beweis für die Existenz von Außerirdischen zu sehen. Die Asteroiden 266p Christensen und 335p Gips sind von riesigen Wasserstoffwolken umgeben, die teilweise einen Durchmesser von mehreren Millionen Kilometern haben. Das Wow-Signal wurde auf einer Frequenz von 1420 MHz aufgefangen, bei der Wasserstoff-Radiowellen aussendet. Die Besatzung stellte fest, dass das Wow-Signal mit den Funksignalen von 266p Christensen übereinstimmte und dass zum Zeitpunkt des Signals Kometen vorhanden waren. Nummer 3 Das Periton-Signal Radioübertragungen, sowohl lokale als auch galaktische, werden von Astronomen schon seit langem untersucht. Diejenigen, die in der lokalen Umgebung entstanden sind, werden als Peritons bezeichnet und es wird allgemein angenommen, dass ihre Entstehung mit meteorologischen und terrestrischen Phänomenen zusammenhängt. Während die genaue Ursache von FRBs unbekannt ist, vermuten Forscher seit langem, dass diese Peritons einen irdischen Ursprung haben. Um mehr darüber zu erfahren, richtete das Studienteam einen Echtzeit-Radiointerferenzmonitor am Standort Parks ein und wartete darauf, dass das Teleskop einige Peritons aufzeichnete. Nicht nur das Teleskop konnte im Januar drei Peritonsignale auffangen, sondern auch der Interferenzdetektor, sodass dieses Team nicht lange warten musste. Es gibt Hinweise darauf, dass die Quelle einem Mikrowellenherd sehr ähnlich war, was weitere Untersuchungen rechtfertigt. Jeder zukünftige Standort, der Peritonsignale aufspürt, wird prüfen, ob sie aus einer Küche kommen, auch wenn nicht sicher ist, dass Mikrowellenherde für alle Periton-Empfänge verantwortlich sind. Nummer 4 Das LGM-1-Signal Im kalten Winter 1967 entdeckten Radioastronomen in Cambridge ein Signal, das nicht zu den Eigenschaften einer zuvor identifizierten astrophysikalischen Quelle passte. Seine Eigenschaften widersprachen der chaotischen Natur der meisten astronomischen Ereignisse. Die Gruppe diskutierte wochenlang darüber, ob sie aufgrund des künstlichen Aussehens ihrer neu entdeckten Heimat eine außerirdische Gesellschaft entdeckt hatte oder nicht. Wenn so etwas zum ersten Mal auftritt, nennen wir es LGM-1, Little Green Man. Zumindest so lange, bis eine offensichtliche Erklärung gefunden wird. Wie bei Pulsaren kommt die Strahlung dieser Neutronensterne aus entgegengesetzten Richtungen und zeigt an, dass sie sich schnell drehen. Ein kurzes, aber pulsierendes Signal wird immer dann sichtbar, wenn einer dieser Strahlen an der Erde vorbeifliegt. Derzeit sind uns 2651 Pulsare bekannt. Jede Entdeckung ist in chronologischer Reihenfolge einer der blinkenden LEDs der langen, dünnen Tafel zugeordnet. Die Lichtmuster korrespondieren mit der Drehung der supermassereichen Sternüberreste. Manche blinken nur ein- oder zweimal, während der Durchschnitt alle paar Sekunden einmal aufleuchtet. Nummer 5 Die Kepler-Kandidatensignale aus dem All Die Kepler-Mission der NASA gab bekannt, dass sie 461 neue mögliche Planeten entdeckt hat. Vier der mutmaßlichen neun Planeten sind weniger als doppelt so groß wie die Erde. Seit der Veröffentlichung des letzten Kepler-Katalogs im Februar 2012 ist die Zahl der Planetenkandidaten um 20% auf 2740 gestiegen, die 2036 Sterne umkreisen. Zuvor wurden 365 Sterne mit zahlreichen Planetenkandidaten gezählt, doch dank dieser Entdeckung sind es nun 467. Es wurde festgestellt, dass 43% der mutmaßlichen Planeten, die Kepler gefunden hat, bestätigte Begleiter haben. Die hohe Zahl der von Kepler gefundenen Systeme mit mehreren Kandidaten deutet darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der Exoplaneten in flachen Mehrplanetensystemen zu finden ist, sagt Jack Lissauer, Planetenforscher am Ames Research Center der NASA in Moffett Field, Kalifornien. Das Kepler-Weltraum-Observatorium kann Planeten identifizieren, indem es die Verdunklung oder Aufhellung von mehr als 150.000 Sternen beobachtet, wenn potenzielle Planeten vor ihrem Wirtstern durchlaufen. Drei Durchgänge sind erforderlich, um ein Signal als potenziellen Planeten zu entkennen. Nummer 6 Das Pioneer-Anomalie-Signal Vor etwa 30 Jahren bemerkten NASA-Forscher, dass die Raumsonden Pioneer 10 und 11 leicht vom Kurs abzuweichen schienen, als wären sie einem unbekannten Einfluss ausgesetzt. Seit 1998, als die Nachricht von dieser Besonderheit zum ersten Mal unter den Wissenschaftlern zirkulierte, wurde sie erschöpfend bis ins kleinste Detail untersucht, was ihr den Beinamen Pioneer-Anomalie und den heutigen Kultstatus einbrachte. Obwohl sie fast 1.000 wissenschaftliche Abhandlungen, unzählige internationale Konferenzen und unzählige wissenschaftliche Arbeiten inspiriert hat, könnte dieses beliebte kosmische Rätsel bald gelöst werden. Die NASA setzte Pioneer 10 im Frühjahr 1972 aus, gefolgt von Pioneer 11 ein Jahr später im Frühjahr 1973. Gemeinsam machten sich die Raumsonden auf den Weg, um den Asteroitengürtel, Jupiter, Saturn für Pioneer 11 und die Monde dieser Planeten zu untersuchen. Die Sonden machten die ersten Nahaufnahmen von Jupiters rotem Fleck und Saturns Ringen und maßten im Vorbeiflug bisher unbekannte Eigenschaften der Atmosphären und Oberflächen der Planeten. Nachdem die Vorbeiflüge Mitte der 1970er Jahre abgeschlossen waren, machten die Pioneer-Sonden weiter. Sie waren die ersten von Menschenhand geschaffenen Objekte, die das Sonnensystem verließen und in die unvorstellbare Kälte und Dunkelheit des interstellaren Raums vordrangen. Die Existenz der GCRTs wurde lange Zeit geheim gehalten. Da jedes GCRT einzigartig ist und nicht bekannt ist, welche Art von Stern ein solches Signal erzeugen würde, haben Astronomen festgestellt, dass die vier GCRTs nicht von derselben Quelle stammen. Ein neuer Befund ergänzt den gesamten Wissensbestand, der entweder bestätigt, was Astrologen bereits wissen, oder ihn ergänzt. Der Befund könnte auch zu revolutionären, neuen Erkenntnissen führen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Gegenstände von dieser Art sind. Zahlreiche Fragen zu ihnen sind noch unbeantwortet. In den 1990er Jahren begannen Teleskope, das Zentrum der Milchstraße bei extrem niedrigen Radiofrequenzen zu verfolgen. Sie lieferten jedoch erst Anfang der 2000er Jahre Ergebnisse, als Heimens Forschungsteam die Datenarchive eines solchen Niederfrequenzradioteleskops durchkennte. Dabei stießen sie auf das seltsame Signal, das kurzzeitig vom galaktischen Zentrum ausging. Die Stärke des Signals nahm über einige Monate hinweg zu, bevor es schließlich zu verblassen begann. Im Gegensatz zu vielen anderen vorübergehenden Radiosignalen konnte dieses Signal bei Röntgenuntersuchungen nicht nachgewiesen werden. Doch keine dieser Untersuchungen ist sehr zufriedenstellend, so der Autor, weshalb der Wissenschaftler weiterhin über die GCRTs nachdenken und neue Theorien entwickeln. Nummer 8 Die Signale der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung Der kosmische Mikrowellenhintergrund ist der abgekühlte Überrest des ersten Lichts, das sich mühelos durch das Universum bewegen konnte. Sie interpretieren ihn als ein Nachbeben des Urknalls. Mit der Zeit ist dieses ursprüngliche Licht gedämpft und so schwach geworden, dass es nur noch im Mikrowellenbereich sichtbar ist. Die Planck-Mission der ESA wird dieses erste Licht identifizieren, das auch die älteste nachweisbarer Strahlung ist und Hinweise auf unsere Vergangenheit und Zukunft enthält. Erst 1965 wurde die Existenz der CMB-Strahlung entdeckt. Mit ihrem Radioteleskop entdeckten die amerikanischen Wissenschaftler Penzias und Wilson ein Signal am Himmel, das sie nicht identifizieren konnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Rauschen irgendwo aus der Milchstraße stammen konnte. Es schien irgendwo in der Nähe des Urknalls entstanden zu sein. Die wissenschaftliche Gemeinschaft wertete die Ergebnisse als Beweis für die Urknalltheorie. Nach dieser Theorie wäre die Schockwelle des Urknalls, selbst weit entfernt von Galaxien, Quasaren und Galaxienhaufen, als schwache Tapete sichtbar, die von überall her strahlt. Die Urknalltheorie ist die einzige brauchbare Erklärung für die beobachteten Eigenschaften des CMB. Niemand schenkte einer kurzen Detonation Beachtung, die 2001 von einem australischen Radioteleskop jenseits der Milchstraße aufgefangen wurde. Ein schneller Radioburst, FRB, um den es sich bei dem starken Flair handelte, wurde über fünf Jahre lang nicht entdeckt. Prof. Duncan Lorimer vom Institut für Astronomie der Universität West Virginia schätzt, dass die Detonation in einem Sekundenbruchteil so viel Energie erzeugte wie die Sonne in einem ganzen Monat. Die Erforschung dieser Explosionen, von denen sich täglich mindestens 800 am Himmel ereignen, ist in letzter Zeit zu einem der aktivsten Bereiche der Astrophysik geworden. Obwohl unser Wissen über FRBs noch begrenzt ist, haben wir im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht. Trotzdem haben die Entdeckungen neue Fragen aufgeworfen, während die Experten auf dieser Reise fortgeschritten sind. Unser Wissen über FRBs hat sich vor kurzem grundlegend geändert. Es hat sich herausgestellt, dass das intensive Licht, das ein FRB auf seiner Reise zur Erde aussendet, eine Aufzeichnung der intergalaktischen Tiefen enthält, die er durchquert hat und damit Einblicke in die Natur der Galaxien und des Mediums zwischen ihnen gewährt, die auf keine andere Weise gewonnen werden können. Nummer 10 Die Gammastrahlenausbrüche Satelliten in der Erdumlaufbahn haben kurze Ausbrüche der energiereichsten Gammastrahlung, sogenannte Gammastrahlenausbrüche GRBs, beobachtet, die Millisekunden bis Hunderte von Sekunden dauern. Diese Supernove treten in fernen Galaxien auf, die Milliarden von Lichtjahren von der Erde entfernt sind. Bei der Kollision zweier Neutronensterne kommt es zu einer kurzzeitigen Gammastrahlungsexplosion. Ganz am Ende ihres Lebens senden diese ultradichten Sterne Gravitationswellen aus, bevor sie in Gammastrahlen explodieren. Obwohl bisher allgemein angenommen wurde, dass neu entstandene schwarze Löcher Gammastrahlenausbrüche verursachen, hat eine neue Studie eines internationalen Teams von Astrophysikern Zweifel an dieser Vorstellung geweckt. Es wurde festgestellt, dass die Entstehung eines supermassiven Sterns und nicht eines schwarzen Lochs die Ursache für einige kurzzeitige GRBs ist. Die Forscher können sich nicht zwischen zwei möglichen Theorien entscheiden. Erstens, ein extrem massereicher Neutronenstern entsteht, wenn zwei Neutronensterne kurzzeitig verschmelzen. Dieser Stern kollabiert im Bruchteil einer Sekunde zu einem schwarzen Loch. Bei der zweiten Theorie sind die verschmolzenen Neutronensterne weniger massereich, als sie es einzeln gewesen wären, sodass sie lange Zeit überleben können. Soweit unser heutiges Video. Bitte abonniere unseren Kanal, um über die neuesten Nachrichten und Entdeckungen aus dem Weltraum auf dem Laufenden zu bleiben. Like dieses Video und hinterlasse deine Meinung in einem Kommentar. Deine Unterstützung ist entscheidend für unsere Mission, andere über die Wunder des Universums zu inspirieren und aufzuklären. Vielen Dank!